Conversion-Rate-Optimierung. Was ist das? Das erfährst du in diesem Video gleich. Ja, willkommen zu unserem nächsten Video auf unserem Channel der A&M. Heute will ich dir das Thema der Conversion-Rate näher erklären. Was ist überhaupt die Conversion-Rate? Warum solltest du sie stets verbessern? Ja, erstmal kurz vielleicht zur Erläuterung. Was ist die Conversion-Rate? Conversion-Rate ist eigentlich der englische Begriff für die Anzahl der Abschlüsse im Vergleich der Ausstrahlung. Das heißt, wenn jetzt 1000 Leute deine Webseite besuchen, davon kaufen dann tatsächlich 10 Leute, dann hast du 1%, also die CTV-Conversion-Rate ist dann bei 1%. Warum ist die für dich wichtig? Gerade wenn du anfängst, Online-Marketing zu machen, Kampagnen bei Facebook, bei Google etc., dann wirst du immer wieder an dieser Kennzahl messen können, wie gut deine Kampagne letztendlich ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man immer vielleicht eine Gesamt-Conversion-Rate für die ganze Firma hat, aber auch für einzelne Kampagnen, um sie dann zu vergleichen. Gehen wir jetzt mal von der Frühlingsaktion aus. Und du siehst, dass am Ende zum Beispiel von 1000 Link-Klicks, es müssen ja nicht unbedingt direkte Verkäufe sein, sondern von 1000 Link-Klicks tatsächlich sich 50 eintragen und dann hast du für den Monat Januar, Februar, März verschiedene Conversion-Rates. Diese kannst du dann, wenn du das regelmäßig verfolgst, über jede Kampagne und über jede Saison, jeden Monat, dann kannst du immer vergleichen, was an einer Kampagne besonders mehr zum Abschluss geführt hat. Und vor allem im Laufe der Jahre, wenn du sowas dann über mehrere Jahre verfolgst, kannst du auch direkt auf die Vergangenheit schauen. Wenn du sagst jetzt zum Beispiel, ich brauche jetzt eine Aktion, die wirklich sehr, sehr schnell Umsatz einbringt, dann schaust du dir in die Vergangenheit, welche Aktion oder was hat in der Vergangenheit, welche Werbekampagne hat dazu geführt, wo ich eine sehr, sehr hohe Conversion-Rate hatte. Genau, das dazu. Wie kannst du sie optimieren? Letztendlich ist Optimieren ziemlich einfach, denn Optimieren heißt nur Verbessern. Hast du eine schlechte Conversion-Rate, solltest du deine Anzeigen ändern, solltest du den Online-Auftritt ändern, solltest du vielleicht die Texte ändern, solltest du vielleicht den Call-to-Action ändern. Durch diese kleinen Änderungen an der Kampagne nach und nach erkennst du dann die Ausmaße der Conversion-Rate. Geht sie nach oben, weißt du, okay, du hast was Gutes gemacht. Geht sie nach unten, weißt du, du hast was Schlecht gemacht. Und genau das ist das Gute an dem, dass du auf einmal dein Marketing messbar machen kannst. Und genau das sind deine Vorteile. Fang an, dein Unternehmen mit Kennzahlen zu besetzen. Da gibt es nicht nur die hier, es gibt verschiedene Kennzahlen, die du einrichten kannst. Und danach wirst du immer sehen, gehe ich in die richtige Richtung, geht mein Marketing in die richtige Richtung. Machen die Leute jetzt mehr Klicks oder nicht? So, ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann folge gerne unserem YouTube-Channel. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Hinterlass uns gerne ein Like und folge uns. Bis bald.